Wahl 24. Der Wahl-Insider. Alle News zum Wahljahr 2024. Live und aktuell. Wahl 2024. Einen schönen Dienstag. Das ist jetzt die Woche der Wahrheit. In dieser Woche entscheidet es sich. Nach dieser Woche dürfte bei den meisten die Wahlentscheidung schon feststehen. Das bedeutet, sollten die Parteien noch irgendetwas im Giftschrank haben, dann müssen sie es jetzt rausholen. Auffallend ist, dass die SPÖ jetzt richtig Gas gibt, dass jetzt der Turbo gezündet wird. Gestern hat der Wahlkampfauftakt stattgefunden in Wien beim Prater und Andi Babler hat sich kämpferisch und laut gezeigt wie nie. SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Babler ist am Montagabend zum Wahlkampf-Event für dein besseres Österreich nach Wien gekommen. Gemeinsam mit Ehefrau Karin Blum zog er unter großem Jubel in das Festzelt im Wiener Prater ein. Und ich kann euch ans versprechen, ich werde all meine Kraft, all meine Leidenschaft, all mein Herzblut jeden Tag, jede Stunde, jede Minute da mitverbringen, Menschen zu überzeugen, dass Politik ein Spiel ist, dass Politik Bedingungen verbessern kann, dass nie Menschen das Problem sind, sondern immer nur Bedingungen, unter denen Menschen leben müssen. Politik entscheidet. Zahlreiche Besucher waren in das Festzelt gekommen, darunter auch die Wiener Spitzenpolitik. 20 Tage vor der Nationalratswahl mobilisierte Babler noch einmal seine Wahlhelfer. Aufbrechen in ein besseres Land, aufbrechen, Respekt und Menschen Druck holen, die dem Einzelnen am Tag eins in die Augen schauen können und einmal sprechen abgeben, dein Leben wird besser werden. Die Demokratie sei in Gefahr, warnte Babler und erinnerte an die sozialdemokratischen Vorkämpfe in der österreichischen Geschichte. Die Themen der rund einstündigen Rede sind bekannt, von der Abschaffung der Kinderarmut, einem gerechten Gesundheitssystem und leistbaren Wohnraum bis hin zur Vermögensteuer. Auf Seitenhebe gegen Mitbewerber verzichte er als Sozialdemokrat, so Babler. Aber natürlich gilt schon festzuhalten, es ist die schlechteste Bilanz einer Regierung, die wir jetzt erlebt haben, ein Komplettversagen, das uns an die traurige Spitze geführt hat, was die Teuerungsbekämpfung in Europa anbelangt hat. Die höchsten Inflationsraten in Westeuropa, alles durchraschen lassen. Schauen, dass die 60 Quadratmeter Wohnung 200 Euro im Monat mehr kostet. Schauen, dass die Grundnahrungsmittel einfach an tausender Mehrkosten im Jahr, als sie vorher gekostet haben. Schauen, dass alles, Energiedämpfung, alles nicht verwirklicht wird, weil sie es durchraschen haben lassen. Der Wahlkampf entspört der SPÖ, war somit eröffnet. Babler blies zur Aufholjagd. Und natürlich, es gibt einen offenen Dreikampf. Füße nicht runterspülen, es geht um wenige tausend Stimmen. Die haben wir locker, wenn wir als Menschen rennen. Haben wir locker. Noch sei alles offen, gab sich der Parteichef kämpferisch. Und jetzt bei mir im Studio ist Isabel Daniel, Politikchefredakteurin bei OE24. Vielen Dank, dass du da bist. Den Wahlinsider gibt es bei uns täglich, das gibt es auch nur bei uns. Wir haben da immer die neuesten Infos zu dieser heißen Phase im Wahlkampf. Und heiß ist auch das Stichwort. Es war sehr heiß gestern bei der SWE in diesem Zelt am Prater auf der Kaiserwiese. Und jetzt können wir wirklich einen Vergleich machen, denn jetzt haben alle Parteien ihren Wahlkampfauftakt hinter sich gebracht. Zunächst mal die ÖVP am Samstag sehr durchinszeniert, groß, stimmungsvoll, hat alles relativ perfekt gewirkt. Am Vormittag, dann am Abend, beziehungsweise am Nachmittag die FPÖ in Graz. Bierzeltstimmung, gute Laune, würde ich sagen, wie man es von der FPÖ auch gewohnt ist. Da sind Fahnen geschwenkt worden und gestern eben die SPÖ mit einer Wahlkampfauftaktveranstaltung, die auch wieder ein bisschen anders war wie die anderen, würde ich sagen. Da gab es dann auch Schaltungen in die Bundesländer. Da hat das Ganze ein bisschen, böse Zungen würden sagen, chaotisch gewirkt. Freundliche Zungen würden sagen, sympathisch nahbar. Wie beurteilst du den gestrigen Wahlkampfauftakt? Gut, das war jetzt schon sehr, sehr wertend, was du gemacht hast, weil du quasi erklärt hast, die ÖVP war professionell, die FPÖ war gut drauf und die SPÖ hat es versenkt. Ich übersetze jetzt deine Fragen. Grundsätzlich unterscheiden sich diese Parteien natürlich massiv. Die eine ist eine Kanzlerpartei, die darum kämpft, mit dem Motto, er oder ich, darum den Platz 1 zu behaupten. Die sind auch am ehesten als Kanzlerpartei aufgetreten. Das stimmt schon, das war sehr gut durchorganisiert. Das hat auch sehr stark erinnert an Veranstaltungen von Sebastian Kurz, ein bisschen weniger Personenkult, aber von der Inszenierung sehr, sehr ähnlich. Die FPÖ, wie weit da die gute Laune geherrscht hat, mag ich jetzt nicht zu beurteilen, weil ich das nur in Auszügen gesehen habe, aber das war natürlich viel aggressiver gehandhabt. Das war eine typische FPÖ-Kwasi-Veranstaltung, ungewöhnlich spät. Und natürlich damit auch, vielleicht kann man auch so die gute Laune übersetzen, ohne jetzt in Details zu gehen. Die SPÖ kämpft am meisten. Andreas Babler kämpft nicht nur um die Wählerstimmen, er kämpft auch um die eigene Partei. Das heißt, er hat die unangenehmste Ausgangslage für die Art, wie Andreas Babler seinen Wahlkampf anlegt, nämlich als Outsider, als der Klassenkämpfer, war die Veranstaltung an sich richtig, genauso wie das, was dich, glaube ich, irritiert hat, dass er in dieser Art schreienden Ton redet. Da hat er für sich ganz funktioniert. So redet er immer. So hat er damals die SPÖ auch quasi für sich gewinnen können, weil er spricht nicht an ein ÖVP-nahes Publikum, er spricht an ein SPÖ-nahes Publikum. Ich meine damit chaotisch auch eher die Schaltungen in die Bundesländer, die haben ganz oft nicht gut funktioniert. Da hat es Tonbildprobleme gegeben, da war irgendwie nicht klar, wer redet jetzt. Also das war jetzt eher so gemeint. Ja, es muss ja auch nicht die inszenierte Show sein, so über der ÖVP. Vermutlich trifft das die Wählerschicht der SPÖ eh mehr. Wie würdest du das sehen? Ja, ich weiß nicht, wie weit das jetzt bei den Wählern wirklich ankommt. Das ist ein bisschen alles das Problem. Ich glaube, das richtet sich sehr stark an die Funktionäre und das ist das, was ich gemeint habe. Er hat es doppelt schwer, weil er muss, das ist und bleibt ein Intrigantenstadl, die SPÖ. Ich kann es nicht anders bezeichnen, auch wenn die SPÖ jetzt sehr unerfreut darauf reagieren wird. Aber es ist nun mal so und das heißt, er muss darum kämpfen, dass die überhaupt laufen in diesem Nationalratswahlkampf, nämlich für ihn. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich passieren wird. Von den Themen her hat er die Themen angesprochen, die natürlich für die Sozialdemokratie wichtig sind. Das ist das leistbare Wohnen, das ist die Gesundheit und das ist natürlich die Kinderarmut bekämpfen, ein bisschen auch das Ganze, was Millionärsteuern und Sonstiges angeht. Was ein bisschen auffällt, ist, dass er das, was er ursprünglich, als er 2023 SPÖ-Chef wurde, im Fokus hatte, nämlich die 32-Stunden-Woche, nicht mehr so extrem propagiert. Das ist meiner Meinung nach auch clever, weil das kommt in Teilen der SPÖ auch alles andere als gut an. Noch ein Wort zur gestrigen Veranstaltung, bevor wir dann zu anderen Themen gehen. Wie gesagt, es hat so Bundesländerschaltungen gegeben, eigentlich eine ganz nette Idee, hat jetzt nicht ganz funktioniert immer, aber egal. Was auffällig war? Politiker sollten nicht versuchen, Medien zu spielen. Damit fängt es einmal an, mit solchen Schaltungen, als wären sie jetzt ein Medienbetrieb. Keiner Seitenhipp am Rande. Alle Bundesländer sind in jedem Fall vorgekommen. Es hat eben Schaltungen in die Parteizentralen gegeben. Auffällig war, beim Bogenland-Team hat Hans-Peter Doskozil gefehlt und beim Tirol-Team Georg Dornauer. Hat das eine Bedeutung? Also grundsätzlich, es wäre überraschend, wenn es anders wäre. Das sind die zwei, die immer am meisten und am liebsten und mit einer Leidenschaft, die schon einzigartig ist, gegen die eigene Partei agitieren und quasi für Querschüsse berühmt sind. Also insofern ist es fast konsequent, dass sie sich da nicht gezeigt haben, weil es wäre ein bisschen gar scheinheilig. Verstehe. Kommen wir jetzt mal generell zum Wahlkampf zu sprechen. Wie gesagt, alle haben jetzt den Wahlkampfauftakt hinter sich gebracht. Die Plakate sind präsentiert worden. Jetzt fehlt nur noch das Wahlprogramm. Das präsentiert jetzt die SPÖ als letztes Morgen. Sagt das was aus, dass die SPÖ da ein bisschen immer hinten nach ist oder ist das eigentlich egal, welchen Zeitpunkt man da wählt? Ich glaube, es wäre egal, wenn die SPÖ in der Offensive wäre, weil es ist jetzt nicht so, dass sich Millionen von Wählern die verschiedenen Wahlprogramme detailliert durchlesen werden und dann sagen, naja, weil auf Seite 55 das und das steht, werde ich jetzt die und die Partei wählen. Das läuft nicht so in einem Wahlkampf. Aber da die SPÖ ohnehin nicht in der Offensive ist, sondern die ganze Zeit getrieben wirkt, ist das natürlich auch wieder kein Zeichen der Stärke. Und doppelt bitter war natürlich, dass diese Kritik von Doris Bures, der SPÖ-Nationalratspräsidentin, an diesem Parteiprogramm oder Wahlprogramm bekanntlich auch noch in die Öffentlichkeit gedrungen ist. Das heißt, dieses Wahlprogramm hat automatisch schon diesen Makel und niemand wird sich mehr mit den Inhalten auseinandersetzen, sondern nur mit der Kritik im Vorfeld. SPÖ-Chef Andreas Babler hat gestern gemeint, es ist ein Duell zwischen ihm und Kickl. Das geben jetzt die Umfragen gar nicht unbedingt her. Da sind schon einige Prozentpunkte dazwischen. Wie siehst du dieses Aufrufen zum Kanzlerduell? Schau, ich verstehe es, weil ihm eigentlich nichts mehr anderes übrig bleibt. Das ist eigentlich das einzige Element, emotionale Element, dass Wähler links der Mitte, die schwanken zwischen Grünen und SPÖ, zwischen Bierpartei und SPÖ und vielleicht zwischen KPÖ und SPÖ dazuzubringen im Finish, also in letzter Sekunde dann doch noch die SPÖ anzukreuzen. Das Problem ist, und das hatte umgekehrt die ÖVP über sehr, 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 sehr viele Jahre, wenn du halt nicht in der Nähe bist in den veröffentlichten Umfragen zu der Partei, mit der du dich duellierst, dann wird ein Duell schwierig. Früher war immer das Duell rot-blau, weil die halt um Platz eins mitgespielt hatten. Also früher war die SPÖ da immer klare Favoritin und die ÖVP hatte keine Rolle gespielt. Wenn man jetzt den Umfragen glaubt und mit einer Prise Salz sollte man immer alles beachten, dann ist es so, dass die FPÖ eigentlich sehr klar seit langer Zeit auf Nummer eins ist in diesen Umfragen, gefolgt von der ÖVP. Je nach Umfrage ist der Abstand geringer oder größer und dann erst auf Platz drei die SPÖ. Im Hintergrund, ich habe das gestern online und heute eh auch in der Tageszeitung OE24 Österreich geschrieben, die SPÖ behauptet wiederum, sie habe Umfragen, dass die Reihenfolge andersrum sei, dass zwar die FPÖ auf Platz eins liege, allerdings nicht so klar, wie alle machen würden und dahinter die SPÖ und erst auf Platz drei die ÖVP. Jetzt kann man natürlich so ein Umfrage-Match machen, aber nur mit, ich deklariere jetzt das Duell, wird es halt nicht funktionieren. Im Vorfeld war schon immer die eine oder andere Stimme zu hören, das könnte die Mutter aller Schlachten werden, wobei man das fast bei jedem Wahlkampf hört. Hättest du diesen Wahlkampf, hättest du dir vorgestellt, dass es angriffiger wird? Nein, ich hätte mir vor allem vorgestellt, dass es so wie in anderen Ländern in vergleichbaren Situationen emotionaler wird. Das finde ich schon sehr beachtlich. Du weißt ja, ich habe über die französischen Parlamentswahlen auch in Paris berichtet und da der Unterschied der Emotionalität vor dem ersten Durchgang und vom zweiten Durchgang angesichts dessen, dass Marine Le Pens Partei Nummer eins werden könnte, ist einfach nicht zu vergleichen mit dem, was in Österreich los ist. Also das finde ich ein total faszinierendes Phänomen, weil wenn du mit den Leuten redest, hast du so ein bisschen den Eindruck, dass jeder sagt, da ist ja noch die Wahl, stimmt, stimmt, stimmt. Und auch bei den Parteien, okay, Andreas Babler hat jetzt, du sagst brüllen, aber hat halt gekämpft, bis es geht nicht mehr, da hast du halt gemerkt, der versteht jetzt, es geht da auch darum, bleibt er auf dem horriblen Ergebnis von Pamela Rendi-Wagner aus 2019 oder kann er da aufholen. Ja, auch Karl Nehammer hat man am Samstag deutlich gemerkt mit er oder ich, also Kickl oder ich, er versucht das emotionale Element aufzubauen. Auch Herbert Kickl mit jeder Freiheitliche müsste in jedes Mauseloch schauen, um jeden Wähler, potenziellen Wähler für die FPÖ zu finden. Aber so richtig in die Gänge gekommen ist dieser Wahlkampf noch nicht und das, und du hast recht, es heißt immer, es ist die Mutter aller Wahlschlachten, aber mir kommt das ein bisschen vor wie das Märchen Peter und der Wolf, man schreit so lange der Wolf, bis der Wolf dann einmal wirklich da steht und das glaubt dir niemand mehr. Was heißt das genau? Woran denkst du, liegt es, dass die Schmutzkübel irgendwie noch in der Ecke stehen und nicht rausgeholt werden? Nein, ich meine jetzt gar nicht einmal Schmutzkübel, ich meine eben diese Emotionalität, weil ich sage es noch einmal, es ist wirklich eine Richtungswahl. Es ist zum ersten Mal in der Geschichte Österreichs die wirklich realistische Variante, weil das gab es bis jetzt noch nie. Also es war noch nie realistisch, dass die Freiheitliche Partei in Österreich bei der Nationalratswahl Nummer eins werden könnte. Es war noch nie realistisch, dass die Freiheitliche Partei in Österreich den Kanzler stellen könnte. Es ist dieses Mal bei der Nationalratswahl am 29. September tatsächlich sehr realistisch, dass sie Nummer eins werden. Es ist sogar nach jetzigem Stand eigentlich die absehbare Variante und damit auch die Variante, dass sie den Ballhausplatz erobern könnten. Und dass da nicht mehr Emotion im Spiel ist von allen Seiten, finde ich persönlich beachtlich. Woran denkst du, liegt das? Ehrlich gesagt, ich habe keine logische Erklärung außer dem Sommer, dass dieser Wahlkampf einfach so fällt, mit einem Sommer, der halt sehr lang angedauert hat, sehr hohe Temperaturen angehalten hat. Man darf nicht vergessen, erst diese Woche ändert sich ja das Wetter ein bisschen und wir kommen in normalere September-Temperaturen. Ich glaube, dass die Menschen wenig Interesse an Hardcore-Politik hatten und dass auch die politischen Parteien sich nicht wirklich getraut haben, die Menschen im Urlaub zu stören mit klassischen Wahlkampf. Und jetzt bleibt ihnen halt nicht einmal mehr drei Wochen, in Wirklichkeit sind das zweieinhalb Wochen. Und jetzt versuchen sie alle miteinander noch Emotionen zu wecken. Schauen wir mal, ob das noch funktionieren kann. Außer der fehlenden Emotionen, gibt es noch etwas, das sich überrascht bei diesem Wahlkampf? Ja, ein bisschen die Themenarmut in Wirklichkeit. Weil es streift zwar jeder seine typischen Themen, also die FPÖ, die Festung Österreich und die Migration, die ÖVP ein bisschen die Wirtschaft und die SPÖ ein bisschen die Gesundheit und die Grünen ihr Klimathema und die Neos ihr quasi auch Wirtschaft und Bildung. Aber so richtig, dass du, wie du es manchmal in Nationalratswahlkämpfen hast, so große, dominierende Themen hast, auch das erkenne ich nicht. Das könnte vielleicht auch darin liegen, dass sich jetzt jeder irgendwie auch staatsmännisch präsentieren will, dass keiner einen Fehler macht. Herbert Kickl gibt es ja auch recht zahm, hat jetzt wenig Aufregersager hingelegt. Was kann denn jetzt die nächsten 19 Tage noch passieren? Was erwartest du dir jetzt von diesem Wahlkampffinale? Also was mit der Zahmheit, da werden wir uns nicht einigen können. Ich finde nicht, dass Herbert Kickl zahm auftritt, möchte ich dazu sagen. Aber er lässt die allerärgsten quasi Übergriffe und Untergriffe derzeit in seinen öffentlichen Auftritten bleiben. Das ist auch noch nah. Das hat die FPÖ und das hatte die FPÖ auch in Zeiten, wo er Wahlkampfmanager der FPÖ war, in Nationalratswahlkämpfen immer gemacht, egal ob die Spitzenkandidaten Haider oder Strache hießen. Das heißt, dann zu schauen, dass du absofftest, damit du auch mehr Wähler der Mitte findest. Findest, kriegst, weil dein Image ist eh schon gebaut. Es weiß eh jeder, wofür Herbert Kickl steht. Also er muss jetzt nicht mehr jeden Tag von einer Inzuchtpartie in Salzburg reden oder solche Wörter von sich geben. Die anderen sind genauso erwartbar in ihren quasi Versuchen jetzt zu warnen und den Untergang des Abendlandes zu sehen. Aber ich muss da zurückkehren zu dem, was ich gesagt habe. Es ist die Frage, ob du in zweieinhalb Wochen all diese Botschaften dann wirklich noch glaubwürdig rüberkriegst oder ob die Leute jetzt nicht schon längst entschieden sind. Und denkst du, das wird jetzt auch angriffiger werden? Ich glaube, es wird in den Konfrontationen zwangsläufig angriffiger werden. In den Wahlduellen. Ich habe heute auch schon welche aufgezeichnet, die wir die nächsten Tage ausstrahlen werden. Also da habe ich natürlich jetzt schon auch gemerkt, dass zwischen Schwarz und Blau schon ziemlich gekämpft wird. Auch zwischen Rot und Blau wird es ein bisschen heftiger. Also ja, ich glaube, diese ganzen Konfrontationen werden jetzt noch ein bisschen Zündstoff bringen. Wir gehen in eine kurze Wabepause. Dann sind wir gleich wieder zurück mit unserem Wahlinsider und Isabel Daniel. Bleiben Sie dran. Den Wahlinsider gibt es an diesen spannenden Tagen täglich. Immer bei uns ist die Politik-Chefredakteurin von OE24, Isabel Daniel. Das Motto bei diesem Wahlkampf lautet, alle jagen Kickl. Herbert Kickl ist schon seit Monaten auf Platz 1 in allen Umfragen. Allerdings, er könnte ein bisschen die verschmähte Braut dann werden, weil alle sagen, nach der Wahl mit ihm regieren sicher nicht. Also ein Nein gibt es eigentlich von allen Parteien. Bleibt es bei diesem Nein, denkst du? Schau, das wird extrem davon abhängen, wie die FPÖ abschneidet und vor allem wie die anderen Parteien auch abschneiden. Also diese berühmte Brandmauer, die zum Beispiel in Frankreich sehr funktioniert hat und seit Jahrzehnten funktioniert, war ja in Österreich immer ein kleines Mäuerchen oder wie Werner Feinmann, der ehemalige SPÖ-Kanzler hat einmal Grenzzäune als Zäune mit Seitentüren bezeichnet. Und so ähnlich könnte man die Brandmauern der österreichischen Politik gegen die Freiheitliche Partei bezeichnen. Du weißt, es haben ja immer wieder ÖVP und FPÖ miteinander koaliert. In den Bundesländern haben teilweise auch FPÖ und SPÖ miteinander koaliert. Also ganz so ernst ist bei uns alles nicht. Durch die Person Herbert Kickl hat sich die Lage allerdings verschärft, muss man dazu sagen, weil du hast vorher gesagt, alle machen Jagd auf Herbert Kickl. Das Problem war ein bisschen, dass er die letzten Jahre eigentlich Jagd auf alle anderen gemacht hat und damit die Situation sich immer mehr zugespitzt hat. Und zumindest bei Karl Nehammer, also dem Bundeskanzler- und ÖVP-Chef, glaube ich persönlich, dass diese Ablehnung von Herbert Kickl tatsächlich authentisch ist. Er ist der Meinung, dass Herbert Kickl glaubt, was er von sich gibt. Und das unterscheidet ihn natürlich auch teilweise von seinen Vorgängern. Er hält ihn tatsächlich für sicherheitsgefährdend, was die Außenpolitik, was die Sicherheitspolitik, was der Verfassungsschutz und Co. angeht. Er würde es nicht machen. Und ein Teil der ÖVP sieht es auch tatsächlich so. Aber, und das ist jetzt das große Aber, falls die ÖVP am 29. September doch sehr, 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 sehr schlecht abschneidet, weil man muss dazu sagen, verlieren wird sie auf jeden Fall, weil sie kommt ja von extrem erfolgreichen 37 Prozent in einer Ausnahmewahl 2019, damals Sebastian Kurt, sehr emotional nach dessen Abwahl durch einen rot-blauen Misstrauensantrag, also wirklich nicht zu vergleichen. Also wenn er, keine Ahnung, auf 20, 22 Prozent abstürzen würde, dann würde Nehammer gehen. Und dann ist die große Frage, wer in der ÖVP folgen würde. Die FPÖ, und das sagen die Freiheitlichen auch ganz offen, sind der Meinung, dass dann einer kommen würde, der natürlich mit ihnen koalieren würde und der natürlich auch akzeptieren würde, dass Herbert Kickl Kanzler werden würde. Da sagen wiederum andere ÖVPler, nein, das ist unmöglich, weil wenn wir wirklich Herbert Kickl zum Kanzler machen, dann geben wir die ÖVP auf, dann ist die ÖVP für immer und ewig hin. Ich bin nicht sicher, ob ich meine Hand ins Feuer legen würde, dass die das nicht machen würden. Also besser gesagt, ich kann sie beantworten, ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen und garantieren, dass die ÖVP das nicht machen würde. Die Brandmauer der SPÖ ist in dem Fall realistisch und die wird auch halten. Das liegt weniger daran, dass alle in der SPÖ das gleich sehen, sondern dass 2025 sowohl das Burgenland wählt und das ist zwar eine Landesgruppe, die sehr affin ist, was Rot-Blau angeht, aber das unmittelbar vor ihrer Landtagswahl nicht gebrauchen kann. Und noch entscheidender ist natürlich die Wiener Landtagswahl und in Wien wäre eine Rot-Blaue Kooperation im Bund pures Gift und es wird schlichtweg nie eine Mehrheit in absehbarer Zeit für so eine Koalition in einem SPÖ-Vorstand geben. Isabel Daniel, Politikchefredakteur und bei Ö24, danke fürs Kommen. Wir gehen in eine kurze Wärmepause und sind dann gleich da mit weiteren Themen des Tages.